Die Schwarzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen, riesiger Art traumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich hab früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße! 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 Was passiert hier? Was ist passiert? Untertitelung des ZDF, 2020 Artyom! Wach auf, Artyom! Ich bin's, Kram! Albträume, was? Kein Wunder, nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden, denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten, bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Kram! Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment! Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst, aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Kram! Ich habe dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis! Du dürftest nicht einmal hier sein! Ich bringe dich zu Obers, Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel! Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und arbeiten. Ich kann mich noch immer nicht... Ein seelsamer Ort, dieses D6. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gebaut wurden. Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, bis die UdSSR zusammenbrach. Der Krieg ist unvermeidlich, haben sie gesagt. Das Volk glaubte an eine bessere Zukunft. Doch unsere Anführer setzten ihr Geld auf den Weltuntergang. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste zwei Jahre als Fenway verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wir auch jetzt. Wo waren wir? Hast du gehört, was mit Romanovs Gruppe passiert ist? Romanoff? Ich dachte, der wäre im Krankenhaus. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Komm schon, du hast fünf weitere 30 Einheiten. Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass du Oberst befordern hast, die Übungszeit zu verdoppeln. Geht noch mehr. Streng dich mehr an. Die Süpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Na ja gut, die Schwimts sind jetzt mal ein Fluch, aber komm schon. Was geht ein ganzer Trug? Hallo Artyom. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus. Aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medi-Packs. Tja, was soll ich sagen. Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Baku. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun- oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Haha, in Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Wummen aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Ranger führen in der Regel bis zu drei Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Feuer einstellen! Entladen! Waffen runter! Ah, gute Wahl. Die Galasch ist das arme Pferd im Akzenal eines Richards. Hau ab! Stellung! Laden! Strockflinten sind immer gut, wenn man... Also gut aktiviert. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Hey, Artyom. Zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Feuer einstellen! Entladen! Waffen runter! Probiere, mitten auf die Brust der normalen Attrappe zu schießen. Guter News! Jetzt schießt auf die Attrappe mit Rüstung. Merkst du den Unterschied? Du hast zwei Patronen um die Rüstung zu schießen. Halte nach Bucken und schießt, wenn du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopf. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Feuer einstellen! Waffen! Ziel überprüftet! Bechler, Spinnwanzen können besser schießen. Und jammer bloß nicht die Markierungen werden schießen. Ich habe sie heute in Wolbergberg gehört, aber wir werden sicher einverstanden. Niemals. Die Basis ist sauber. Zuruf des Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Und wozu? Willst du her? Lass mich in Ruhe rauchen. Du bist also ein Experte, was die Hölle... Schenk diesem Klang keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitzky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Ach, scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung. Gehen wir. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Einsatz brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen als Sklaven geopfert, um ihren Herrn selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Wildrösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen getötet. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitzki was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzki war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzki war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffe. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gottverdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzki noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber es ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Drieschen und Ausgüge bekommen. Sie sagen, die haben sie verstellbar. Sie sind von der der Orden der Träume. All unsere Männer zur Versammlung hier verschieben. Hey, weiß jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? Herrmann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchen? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegend waren nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja. An der Messe unserer Heimatstation sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gärten. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Khan. Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan! Das ist absoluter Wahnsinn! Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Einen Bespen. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Fehler, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Halte den Fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal. Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom, das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf diese Albträume loszuwerden. Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann. Vielleicht könntest du ihn dann aus einem Versteck locken. Und vergiss nicht, ihn mit einem Kopfschuss zu erledigen. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu säen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auftressen. Vorwicht am Anstrengung zurücktreten. Der Zug hat alle... Ein, so ein Tagesbleib des Versuchs, Kaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten. Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Kan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte.